kann wieder abgehen ab und mit dann ab und mitee ab und mit ich muss wir müssen fünf runden ich musste für freund mit dem gewinn die bomben sicher ok die gegner haben eine bombe entdeckt es bleiben zehn sekunden vom gegner entdeckt die schutzlinie ist geraten die übertragung das ist nicht wahr der maverick aber wie schnell der mich auf hatte ok die haben wir kurz sind einfach ein paar sekunden aufgeräumt aber ich stelle dem ich stelle die die drin waren ja du wirst nehmen wo wir saßen ich muss jetzt schon wieder in der gleichen aufgeräumt Das Ding ist cool. Yes sir. Wir haben eine Bombe lokalisiert. Auf eindliche Aktionen vorbereiten. HVS ist platziert und einsatzbereit. Razor-Kanade unterwegs. Die Azela ist aktiv. Ersteckung ist in Anzeichen. Hier das Fetzer. Und zack, wieder tot. Die sind schon neben mir. Warum sind die schon drin? Die gehört wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, der Menendez, der da oben ist das auch. Das ist in Spanien wahrscheinlich. Das kannst du mindestens sagen, dass die drei, vielleicht der Mar, Pablo, irgendwas dazu gehört. Dann sind die zu viert. Ja, das ist wahrscheinlich der, ich glaube nicht, dass der zusammen dazu gehört. Oder? Ja. Bauarbeiter wahrscheinlich dann noch, er ist ein Trolle-Code oder prozentig. Das war die vier da zusammengehören und dann wissen die das. Und wir sind halt ein Haufen Noobs. Das ist halt einfach so. So. Naja, egal. Manchmal muss man einfach mal respektieren, dass die Gegner einfach mal viel besser sind. Und dann sagen. Ja. Hier oben sitzt nicht. 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Nachladen! TAP. TAPE 10 Sekunden. TAPE 11 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist nicht wahr, die Frost-Halbläden. Das wird ein kurzes Vergnügen. Da oben, Marco, ist jetzt die Frost drin, aber da kommt sie schon. Nee, die Frost, das wird schön. Schön. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Die wissen sofort, wo du bist. Also, wie gesagt, die, die werden doch, ja, ist halt einfach so. Ja, lassen wir mal vielleicht auch Gold sein, was auch immer, aber die werden, die werden nicht nur, wir dürfen aber auch die Fresse kriegen. Und das war's auch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.